herzlich willkommen zum xxl video und ja heute mal mit technik mit mikro und ja wir haben es jetzt kurz nach zähne also schon über und ja um 12 geht es dann raus ran an die bullen und wir sehen uns gleich wieder wenn es heißt so ich sitze jetzt hier also mal aus einer anderen position so hier ist für mehr ps weniger ps dann ist ja hier war nicht hier ist ein hebel für das schild dann ist hier ich glaube der ist für den für den arm hier dann ist hier noch einer und ich glaube der ist auch für die schaufel so dass hier ist für vor und zurück links rechts und ja die lassen also schaufel und für den kram ja was hier unten ist weiß ich nicht ja ist glaube ich für licht dann ist hier haltung glaube ich hier ist noch ein bisschen was beschrieben und ja wir können auch mal durch ausprobieren vielleicht und ja ich würde sagen wir sehen uns einfach gleich wieder bis gleich so das hier ist nicht für gas das ist für den arm nach rechts und hier das ist für links so wenn ich hier auf treten würde links hier rechts und was ihr natürlich eben nicht gesehen habt leider ist hier für die schaufel vor zurück also vor zurück und hier rechts links nach vorne dann ist hier noch was ganz besonderes also hier ist licht hier ist licht hier ist scheibenwischer hier ist das dach das kann man so rausschieben damit dass er nicht hier drin ist und ja hier ist eine tankanzeige öl anzeige oder so so bis gleich wieder so ich setze hier im bagger und wir können jetzt auch natürlich mal ausprobieren ich kann und jetzt ich mache einmal den motor an also zuerst auf run jetzt und jetzt geben wir die kamera also hier ist vorwärts drückwärts also hier ist es es geht es geht es geht es geht es geht es geht . 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 Ja. 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 Dank für Scheiß. Kann ich doch? Ey, Dego. Jawoll. Ja. 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 Ich bin da. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ah. Ganz schön kalt draußen. Ist auch schon locker geworden da. Und ja. Wenn euch dieses. Großartige Video gefallen hat. Also mir hat es gefallen. Und ja, lasst ein Abo da und dann nach oben da. Ich würde mich sehr freuen und bei 20 Abonnenten machen wir Livestream. Ciao.